Mit einer Krebserkrankung ist ja nicht mein erster Gedanke, ich gehe jetzt wieder feiern, aber irgendwann kommt das ja. Ja, wir versuchen natürlich das in dem Rahmen aufzufangen, was natürlich irgendwie möglich ist, weil das Immunsystem so stark geschwächt ist. Da gibt es viele Sachen, wo man echt fast nur digital machen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich dann nicht in der Akuttherapie bin, sondern bin wieder draußen, schon abzuwägen, was geht, was geht nicht. Ich bin einfach empfänglicher, ich bin eine Risikogruppe, ich bin empfänglicher für Erkrankungen, die bei anderen vielleicht banal sind oder gar nicht vorkommen, können mich halt wirklich umhauen. Genau. Und ich erlebe schon immer, dass die meisten Ärzte, wenn man die Offenheit hat und sagt, hey, das ist mir echt wichtig, dass man dann schon auch gemeinsam Lösungen findet und überlegen kann, was geht, was geht nicht, auf was muss ich achten. Es ist enorm wichtig, dass die Leute Lebensqualität haben, dass sie was anderes machen, dass sie Ablenkung haben, sich nicht nur um Krankheit drehen und das Zentrum des Lebenskrankheit ist.